Guten Tag nach Freckenhorst zur Tagung Landschaft Zukunft. Mein Name ist Franz Narada und ich habe die große Ehre bekommen, ein paar einleitende Worte zu Ihren Arbeitsgruppen zu sprechen. Der Grund liegt wohl darin, dass ich aus tiefstem Herzen nicht nur an die Zukunft des ländlichen Raums glaube, sondern eben auch versuche, diese Zukunft mit anderen Menschen, Freunden und Forschungspartnern gemeinsam zu erfinden und zu gestalten. Dazu haben wir einen Rahmen geschaffen, die GIF-Forschungsgesellschaft, der auch nach relativ langer Zeit, 20 Jahre, immer noch eine kleine Gruppe ist, die nach Mitstreitern sucht. Dennoch haben wir schon eine Fülle von Meilensteinen hinter uns und sind zum Mittelpunkt eines globalen Netzwerks geworden. GIF heißt Globally Integrated Village Environment, also zu Deutsch Global Integrierte Dorfumgebung. Wir nennen uns auch Labor für globale Dörfer. Für mich sind daran zwei Botschaften wichtig. Erstens, der ländliche Raum der Zukunft ist global integriert. Ländlicher Raum, das ist für mich eben nicht nur das Dorf, sondern ein System aus Kleinstädten und Verkehrsachsen auf der einen Seite, aus Landschaft und ganz verschiedenen ländlichen Siedlungsformen auf der anderen Seite. Das Dorf ist einfach nur das Kernstück und ein Stellvertreter oder Sinnbild, aber niemals der ganze ländliche Raum. Global integriert, das heißt, dass das Leben auf dem Land kein Leben zweiter Klasse sein darf. Es heißt aber gerade nicht globalisiert, was wir ruhig mit ausgequetscht oder ausgebeutet übersetzen dürfen. Der Globalisierung wirkt eine intelligente Regionalisierung entgegen, von der wir ein Teil sein wollen, die sich aus globalen Wissensquellen und globaler Wissenszusammenarbeit speist. Also, wie Sie schon gesehen haben, für mich spielen die neuen Medien und das Internet eine ganz zentrale Rolle, eine ganz wichtige Rolle bei der Wiederinwertsetzung des ländlichen Raums. Natürlich geht es letztlich um eine ganze Reihe von Fragen und die wichtigsten sind auf Ihren Studientagen präsent. Ich behaupte aber, dass keines der Felder, mit denen Sie sich heute in den vier Arbeitsgruppen beschäftigen, noch ernsthaft diskutiert werden kann, ohne die zukünftige Rolle der Netzwerke und neuen Informationstechnologien mitzubedenken. Das gilt für die Bildung auf dem Land ganz besonders, aber auch für die neuen Formen der Arbeit, der Regionalwirtschaft und der Landwirtschaft und das gilt sogar für die Frage, wie Werte und Spiritualität sich heutzutage in unserem Leben manifestieren. Ich möchte Ihnen daher zu jedem Arbeitsgruppenthema einige Thesen formulieren und hoffe, dass Sie die rege Diskussionen anfangen. Aber vorher noch zwei allgemeine Thesen, die sich auf alle Bereiche beziehen und sozusagen sowas wie die Einleitung sind. Sie haben sicher diese akademischen oder medialen Prognosen im Kopf, die davon sprechen, dass die Menschen im Jahr 2050 zu drei Vierteln in Städten leben werden, also die auf eine weitere Ausdünnung ländlicher Räume hinweisen. Ich kann diese Prognosen eigentlich einfach nicht mehr hören. Im Grunde hängt die Zukunft ländlicher Räume von mehreren Faktoren ab, die allesamt etwas mit dem Handeln der Menschen zu tun haben. Die Zukunft ist eine sich selbst konstruierende und erfüllende Prophezeiung und wenn wir sie ändern wollen, dann müssen wir unsere Handlungsmöglichkeiten prüfen. Wenn wir davon ausgehen, dass der ländliche Raum sich ausdünnt, dann werden wir unser Handeln daran ausrichten und es wird geschehen. Wenn wir es nicht wollen, dann müssen wir mit einem anderen Ansatz an die Dinge herangehen. Meine erste These ist, dass es einer grundsätzlich anderen Strategie bedarf, um ländliche Räume erfolgreich zu machen, als diese in Städten eingesetzt wird. Städte haben viele Menschen auf engen Raum, diese sind austauschbarer und unwichtiger. Ländliche Räume sind darauf angewiesen, sehr viel stärker den Einzelnen in seinen vielfältigen Beiträgen zur Sozietät zu beachten und zu stärken. Wenn es gelten soll, dass ein Leben im ländlichen Raum sich den Leistungsvergleich mit den Städten zu stellen hat und daran führt sicher kein Weg vorbei, auch wenn es sicher nicht die Gleichartigkeit, sondern die Gleichwertigkeit mit den Städten ist, die wir anstreben, dann müssen eben viele Aufgaben von relativ wenigen Menschen erledigt werden, soll das System die Anforderungen an die Komplexität der modernen Lebensbewältigung erfüllen. Dann müssen diese wenigen Menschen aber eben auch alles tun, um sinnlose Konkurrenz und zerstörerischen Wettbewerb zu vermeiden. Sie müssen sich gut miteinander koordinieren und sie müssen einander gut unterstützen. Das war die erste These und Sie werden gleich sehen, welche enormen Auswirkungen das auf die Frage der Bildung hat, aber auch auf die Arbeitswelt, die Struktur regionaler Wirtschaftsbeziehungen und auch auf die Frage der Spiritualität. Lassen Sie mich aber noch eine zweite These nachschieben und die ist eigentlich auch eher eine, die zu Optimismus Anlass gibt. Die Menschen in ländlichen Räumen werden durch einen ungeheuren Dezentralisierungsschub der Technologie unterstützt. Sie können heute nicht nur sehr viel mehr Wissen für ihre Tätigkeiten bekommen, sondern auch sehr viel mehr Werkzeuge. Das klingt paradox, aber die Industrie erzeugt nicht nur Konsumgüter, sondern auch Werkzeuge. Diese Tendenz ist so stark, dass sie den herkömmlichen Industrien grundsätzliche Entscheidungen abverlangt. Will ich weiterhin das Wohnzimmer und den Couch-Potato in den Mittelpunkt meiner Aufmerksamkeit stellen, den totalen Konsumenten, der sich Musik-Apps, Filme runterlädt und sich möglichst viele Pakete beim Versandhandel bestellt? Oder will ich Menschen unterstützen, die mit meinen Produkten selbstständiger werden, sehr viel mehr tun können, ihre Gemeinschaften aufbauen können und so weiter. Also das ist diese Grundsatzentscheidung, vor der heute die Industrie steht und die im großen Ganzen derzeit noch eher in diese Richtung läuft, möglichst nicht Selbstständigkeit zu unterstützen. Dabei passiert gerade unter unserer Hand eine technologische Revolution. Die Informationstechnologie gibt uns in die Hand, nicht nur Papier auszudrucken, sondern Gegenstände herzustellen. Sie lässt uns auch zu Designern dieser Gegenstände werden. Gerade eben haben sich zwei Netzwerke zusammengeschlossen, von denen eines Autos entwirft und das andere landwirtschaftliche Maschinen, Wikispeed und Open Source Ecology. Werden wir eine Industrie sehen, die die Entwürfe dieser Netzwerke realisierend unterstützt? Werden wir nach der längst nicht mehr funktionierenden Lohnarbeitsgesellschaft ein neues Paradigma haben, in dem selbstständige Menschen ihre Versorgung in vielen Aspekten wieder selber in die Hand nehmen und wieder zu Produzenten werden? Meine These ist, dass diese Alternative hier und heute in jedem Moment existiert, dass aber die Bereitsteller der Technologien sie nur sehr zögerlich unterstützen und quasi auch sozusagen auf die Signale warten, warum sie sie unterstützen sollen. Sie verstehen vielleicht nach diesen zwei grundsätzlichen Thesen, dass es keinen Sinn macht, auf Ausdünnung und Abwanderung zu starren, als wären sie ein Schicksal. Stattdessen können Menschen in ländlichen Räumen zum Beispiel die Möglichkeiten ergreifen, die sich ihnen heute durch die neuen Technologien bieten und diese Technologien umformen in großen kooperativen Netzwerken, die sich aktiv ihre industriellen Partner suchen. Nun möchte ich aber kurz eingehen auf ihre gut gewählten Arbeitskreisthemen und möchte sehr viel konkreter werden. Erstens Bildung. Bildung halte ich für den Dreh- und Ankelpunkt der Zukunft des ländlichen Raums. Die Gründe habe ich beschrieben. Nur wer über die gerade eben beschriebenen Möglichkeiten Bescheid weiß, der kann sie auch nutzen. Aber welche Bildungsinstitution ist da, um uns dafür zu qualifizieren? Wir gehen in den Städten und ihren Bildungsinstitutionen immer stärker in Richtung Spezialisierung, während wir im ländlichen Raum eigentlich eine große Bandbreite von Wissen und Können benötigen. Eine viel universellere und breitbandigere Institution. Wie soll sich das aber realisieren lassen angesichts leerer Gemeindekassen? Noch dazu haben wir in ländlichen Gebieten viel weniger Lehrende und Ressourcen, wo wir doch viel mehr benötigen würden. Mehr sogar als in den Städten. Meine These zur Bildung und mein Input für ihren Arbeitskreis ist der. Das, was wir heute in sehr unvollkommener Form tun, jetzt gerade oder vielleicht auch live, dieses Hereinholen mittels der neuen Kommunikationstechnologien, das könnte der Ausgangspunkt einer kooperativen Vernetzung vieler Zugangs- und Lernorte sein, die gemeinsam eine virtuelle Universität der Dörfer bilden. Egal ob man sich den Inhalt jetzt noch von städtischen Wissensbasen wie Universitäten oder vielleicht auch zunehmend aus der Praxis der sich selbst neu erfindenden und auf Aufgaben spezialisierenden Dörfer selbst holt. Wir brauchen jedenfalls in unseren ländlichen Räumen generalistische Bildungsinstitutionen, die in der Lage sind, sich den globalen Reichtum von Wissen und Können zu erschließen, um es hauptsächlich im lokalen Lebens- und Wirkungsraum der Menschen und für ihre Lebensqualität zur Entfaltung zu bringen. Soweit meine These zur Bildung. Auch zum Thema Arbeit und Arbeitsplätze habe ich eine ähnliche Ansicht, aber wichtig ist schon, dass die Arbeit logisch nach der Bildung kommt. Ich glaube nicht an die sogenannte Telearbeit, also den Umstand, dass viele Menschen wie bisher in fixen Arbeitsverhältnissen stehen, aber diese Arbeit vom Wohnort aus erledigen können. Ich habe mich in den 90er Jahren sehr intensiv mit Telearbeit beschäftigt, war selber Telearbeiter und bin zu dem Schluss gelangt, dass Telearbeit zumeist entweder von hochmobilen Managern ausgeübt wird, deren Koordinierung die Tätigkeit sehr zeitkritisch für die Firmen ist oder aber viel häufiger die Vorstufe zur Auslagerung und Entlassung aus regulären Arbeitsverhältnissen bildet. Der Traum vom familienfreundlichen Homeoffice endete damals nicht selten im Karriereknick, selbst wenn man den Kontakt zu den Kollegen hielt. Das alles ist freilich gar nichts Schlimmes, wenn man sich vergegenwärtigt, dass ohnehin auch der Sektor der geistigen Arbeit von einem großen Rationalisierungsschub heimgesucht wurde und wird. Der ländliche Raum bietet hier mehrere Ansatzpunkte darauf intelligent zu reagieren. Ich bringe hier vielleicht ein praktisches Beispiel. In der Waldviertler Gemeinde St. Martin soll eine Siedlung auf der Sonnenseite des Wohnens entstehen, in der sich Menschen aus verschiedenen Einzelpersonenunternehmen ein gemeinsames Atelier schaffen, das ihnen auch ermöglicht, zum Beispiel im Bereich der Film- und Medienproduktion, Produkte aus einer Hand anzubieten. Zugleich soll die Siedlung höchst energieeffizient gestaltet werden und nach den Prinzipien der Permakultur einen hohen Grad an Eigenversorgung und eine Senkung der Lebenshaltungskosten ermöglichen. So wird auf der einen Seite der Druck, sich jederzeit unbedingt und zu jedem Preis verkaufen zu müssen, gemildert, während auf der anderen, der Angebotsseite, das Clustern, das gezielte Vernetzen einzelner selbständiger Menschen zu Netzwerken des Angebots eine wesentlich größere und tiefere Produktivität mit sich bringt. Intelligente Gemeinden, wie zum Beispiel St. Martin, geben ihren jungen Selbstständigen dabei sehr viel Unterstützung, um die gestiegenen Anforderungen auf den Markt für Produkte und Dienstleistungen zu bewältigen. Neue Dorfzentren schaffen eine lokale und regionale Dichte, durch die auch Wirtschaftsbeziehungen aller Art unterstützt werden. Ich stelle also die These auf, dass gerade im ländlichen Raum das Co-Working, das bewusste Zusammenschließen von kleinen und kleinsten Unternehmen zum besseren Kommunizieren miteinander und mit dem Markt eine größere Zukunft hat als das eigentliche Teleworking. Ja, dritter Arbeitskreis. Zur Regionalversorgung und zu den regionalen Wirtschaftskreisläufen brauche ich da gar nicht mehr viel zu sagen. Das ist heutzutage am allerklarsten. Das steht in den Zeitungen. Bioenergiedörfer schießen aus dem Boden und man wundert sich, was die alles zu Wege bringen. Aber ich sage doch was, nämlich das, was bei der Energie begonnen hat, muss dort noch nicht lange enden. Ich möchte nur auf die Pioniere einer grünen Chemie wie Michael Braungart und Hans-Werner Markwitz verweisen, die uns darauf hinweisen, dass Biomasse oft viel zu schade ist zum Verbrennen und Verrotten, dass sie wertvoller Rohstoff für hochwertige Produkte sein kann. Das wichtigste Kennzeichen dieser grünen Chemie ist es, dass Abfälle überhaupt vermieden werden, und dass Produktkaskaden aus nachwachsenden Rohstoffen generiert werden, die ähnlich wie in der Natur immer wieder neuen Prozessen Nahrung geben. Die dabei auftretenden vielfältigen Nutzungsmöglichkeiten von Land- und forstwirtschaftlicher Biomasse gehen über Baustoffe und Dämmstoffe weit hinaus. Hans-Werner Markwitz hat dies beispielhaft an den Obstkernen gezeigt, die in der Saft- und Marmeladenproduktion eigentlich aus Abfall entstehen. Diese Kernöle, die er daraus gewonnen hat, sind Ausgangspunkte für dutzende ganz verschiedene Anwendungen und Weiterverarbeitungen, zum Beispiel im Naturkosmetiksektor, als Emulgatoren, Aromen, sogar Poliermittel und so weiter. Diese vielen neuen Erkenntnisse gemäß hat eine moderne Regionalwirtschaft durchaus noch nie dagewesene Chancen. Und dazu gehört auch die Beziehung zwischen den Sektoren, zum Beispiel zwischen Landwirtschaft, Tourismus und verarbeitenden Gewerbe. Tourismus etwa wird zunehmend vom Phänomen des Hintourismus statt Spastourismus beeinflusst. Menschen sind heute vor allem dann bereit zu reisen, wenn es sie persönlich bereichert und ihnen neue Lebenschancen gibt. Ich kann hier nur Schlaglichter werfen, doch eines wird klar, eine gute Regionalwirtschaft und eine Regionalversorgung kann nach innen und zunehmend auch nach außen nicht mehr allein oder hauptsächlich vom Kriterium des Wettbewerbs definiert werden. Vielmehr ist die Wahrnehmung von intelligenten Kooperations- und Verkettungsmöglichkeiten an die erste und oberste Stelle zu setzen. So, jetzt sind wir schon bei 16 Minuten, aber ich möchte doch noch abschließend zum Thema Kirche am Land etwas sagen. Ich habe mir das ganz bewusst bis zum Schluss aufgehoben, aber es liegt mir sehr am Herzen. Gerade in einer Zeit der globalen Kommunikation muss sich die Kirche immer mehr mit dem Fakt auseinandersetzen, dass Menschen mit vielerlei Angeboten auch in religiöser Hinsicht konfrontiert sind und sogar einen Schritt weiter. Wir leben in einer Welt, in der der Einzelne, der da im Mittelpunkt einer gewaltigen Informationswolke steht, sich quasi ständig seine eigene Privatreligion zu zimmern ermutigt wird. Ich will mir jetzt nicht bewusst auf die Seite des christlichen Evangelisierungsauftrags dagegen stehen, sondern aus einer ganz anderen Perspektive Chancen für die Kirche am Land herausarbeiten. Der ländliche Raum bietet nämlich den Städten gegenüber einen heute noch weitgehend unerwähnt gebliebenen Vorteil oder eine Besonderheit, um es neutral zu sagen. Es gibt sie auch noch nicht einmal die Kirche, und auch in der Antworten. Es gibt auch noch einen kleinen Überschuss in der Kirche oder in der Kirche, Behindschreibe kann das Fahrt sogar nicht weitergehen. Es gibt auch noch anderewhiteer Anwendung für die Kirche aus. Die Kirche.